Ein herzliches Willkommen zurück in Forza Horizon 2 und ein herzliches Kommen zurück in St. Martin. Wir haben hier die nächste Veranstaltung, die Off-Road Championship Veranstaltung angefangen. Warte mal, ich muss das mal gucken. Dann können wir eigentlich auch hier oben anfangen. Wir starten vielleicht das erste Rennen, wenn er denn mal lädt. Das ist schön. Das machen wir aber jetzt nicht, sondern das machen wir später. Genau. Ja. 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 Ich bin hier einmal durch die Mauchstelle. 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 Dann werden wir das Rennen mal anfangen. Ich bin hier einmal durch die Mauchstelle. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020